ich bin zurzeit in Wattrott Schulter quasi ein Papagei Lecky Wittling aktivieren Leute hierhin also äh gleich incoming Blaue Witch und so ne weiß bescheid hab bisschen viel gesoffen 3 2 ich stell mich hier vor die Leiter, ich hab Bock rumzuschnitzeln Aktivierung Aktivieren Aktivieren Aktivieren, Aktivieren, Abwehrkräfte Smoker Smoker Wo, was, wo? Achter So Ahaha Jockey 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 Au Hedded Burnts 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 Doing no fire Doing no fire Darüber hab ich abgezielt Du Ja Ja Dann dat da Aaaaaa Komm her So Und du auch Und du kriegst auch noch was ab Und du, und du Und du auch Und du auch So Und so Exzessives für Klicky hier Hilf mir Hilf mir Auf mich, mich Ich Ah ein Boomer Auch immer der Wichser ist Und irgendwas was mich grad runtergeschnitten hat Boah, ey, mein... Ah, mein Leppi-Pack geht ganze Getümmel hier nicht. Leute, ich hab ein Folgenschweres Problem, ich wurde angekostet. War das bitte daran Folgenschwer? Ich wurde auch dadurch von der O-P-Untergehauen. Steh ich zu unten. Alter. Du bist überall ein Zombie. Ja, ich arbeite dran. So, wo war'n wir denn hier? Da haben wir noch einen, da haben wir noch einen. Vielleicht sollten wir uns eventuell mal fortbewegen, wie wär's denn damit? Im Normalfall sollte das aufhören. Na, tut nicht. Alle weg, alle weg, alle weg. Okay, wir... alle zu Rejo. Warum zu mir? Weil du vorne bist. Achso. Irgendwer hat Rollum wieder freigelassen. Smoker. Smoker. Ja, ich... Smoker. Smoker. Mann, ey, jemand weg da. Super, aber beschissen. Ja, Mann, ey. Geil. Geil-O-Matic. So. Helf mir doch zum Riss hoch. Konnte der Duchenzaun nicht helfen. Ja, weil sie auch. So. Danke. Wattbebot. Du bist für Stärk. Ja, nicht los. Steh auf. So. Warten, Max, nicht eben. Hinten irgendwo. wie was ist erst noch okay, ich hab da eben irgendwie ne Figur gesehen und wegen ich nicht den Film war gleich bestimmt gleich schon wieder Ja, ja, so ein bisschen Pause tun mir auch ganz gut Ja, ich weiß grad nur grad nicht was mit meinem eine Frame Rate geht in den Arsch, ich weiß noch nicht warum Zack, Zack Shake Tank! Ah, ich hab noch 90 Schuss Ah ja, genau auf mich, brauche ich ihn sehen. Wow! Wir sollten uns nicht umdrechnen, das kann für dich jetzt. Jaaa. Ja, sei Dank. Äh, hallo? Jaja, ganz ruhig, ganz ruhig. Schaffst du's, verdammt? Ich schaff das. Ich hab's echt erwischt. So. Danke. So. Da ist er! Ah, haha. Hört mich jemand! Guten Tag, wir kaufen nichts. Danke, Kumpel. Hahaha. So. So. Hier drüben gibt's Waffen! Uh, Schnellfeuerwaffen. Uiuiui. Aha. Das ist meins. Fixer, ey. Ah, Jockey, 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 Jockey! Auch schön, dass die Sequenzen, wo ich einen Jockey an der Back habe, mal flüssig... Au! Ah! Wie? Achso, das bist du. Sorry, sorry, sorry. So. Ich hör hier doch irgendwo was. Ich hör hier doch. Also ich hör... Oh ne Witsch. Oh ne! Da ist der Puma. Tja, der wär erledigt. Gucken wir doch mal. Wo ist er. Mit mir sitzt irgendwo dazwischen. Ja. Irgendein Quergang oder so. Ah, da ist er. Rechts. Black bleibt stehen, da vorne ist er. Oh, die ist blau bei mir diesmal. Ja, bei mir auch. So, wie machen wir das? Soll ich mal? Wo ist er denn? Direkt hinter der Ecke. Hinter der da. Okay, fang an. Ja, du machst die gleiche Anrufe, die ist da. Zack. Ja, ja, ich bin gleich wieder am Start. Ich glaube, jetzt hast du was bei mir gut. Zack. Lade nah! Ja, ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Hey, ein Medipack. Wie schön. Ich hab'n D-Feed, das ist glaube ich viel besser. Äh, kacke, kacke. Was war das denn? Ach so. Oh, und hier sind Laservisiere. Uiuiui. Nö, da. Incoming. Oder war doch, guck mal. So. Incoming. Das liegt rein. Alter, das liegt woanders hin. Ja, lasst das tot weg. Jocki, Jocki, Jocki. Nein! Gut, ne, damit... Ist die heiße Phase vorbei? Ach, 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 ach. Ein kleines Lagerfeuer gemacht. Ein bisschen Marsch mit uns gegrillt. Oh, hier hängt ein sehr interessanter Plan, ja. Ja. Zeig mal her, wo hängt denn der Plan? Ah, ach, 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 das ist die Weltformel, verstehe. Ja, ja, klar. Damit kommen alle Probleme zu lösen. Komm, alle weg hier, alle weg hier. Ja, los, komm. Wollen wir mal vorangehen? Oh, hallo? Dem, 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 dem. Kann das sein, dass wir gerade in der IT-Abteilung sind? Nein. Den IT-Abteilung würdest du noch schlafende Mitarbeiter sehen. Ja, die standen alle in einem Raum. Da war bestimmt... Da war bestimmt ne Familie, du Sau. Die wollten mich fressen. Da hinten ist irgendwas Splitter. Ne, Charter. Scheiße. Scheiße. Da macht man leid. Aber Streifel natürlich trinkt doch gar keinen Kaffee. Na toll. Ich freu's dir mal Hilfe! Ja? Du bist schon wieder. Ja? Baseballschläger. Wenn das so weitergeht, schaff ich's nicht. Wir sind fast auf Luka. Ich soll mal die Blätten kontrollieren. Kriegt nichts. Schade. Oh. 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 Der Harböse. Das wollte das... Ach, Mann. Ja, aber... Leute? Ja? Ganz vorsichtig. Wie? So? Ah. Warum? Das wird lustig. Juhu. Du? Verkriech mich hier im Raum. Könnt ihr ruhig alle zu mir lassen. Ich hab Spaß. Was? Oh. Ja. Ja. Ja, komm. Und du. Oh, und du. Ja. Ja. Alter. Ich hab mal kurz ein wenig Adrenalin durchgepfiffen. Brauchst du nicht. Hier ist sofort der Save Room. Hat sich ja gelohnt, ne? Eins. 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 Habe ich mal Bock auf ne andere Waffe. Aber ich hab keine von wem. Außerdem ist ein Laserbeer hier drauf. So. Aha. Na, es geht doch. Wär mal besser hier. Langsam hab ich den Dreh raus. Wattwort Respekt. Respekt. 3103. Ah. Hab ich noch nie geschafft. Und sogar noch am meisten Schaden wie Bitch. Ach, Mann. Da, weißt du, da, da, opfer ich mich schon und mach nicht mal den meisten Schaden drauf. Naja. Das kannst du auch nur mit der Pumpgun machen. Ja, die hatte ich aber leider nicht am Start. Ach, laden Vorgang, laden Vorgang. 92! Haha. Nur mit dem Nahkampf. Francis, halt mich. Geil. Find ich nett. Was? Der Sack, der soll das lassen! Find ich nett. Mann! Boah! Ja, das geht doch nicht. Leute, nein. Was haben wir hier liegen? Ne AK? Ne, hier bin ich nicht. Ne AK. Da wird rumgeackert. Wo ist man Medipacken? Also, schon irgendwie ist man das geheilt. Kein nicht, Francis. Hey, und Francis. Da kann ich auch den Defi mitnehmen. Ja. Ladebildschirm, komm mal zum Ende hier, ich will weitermachen! Wo müssen wir überhaupt lang? Ach, da! Ladebildschirm, verschwinde! I still burn! Wo seid ihr denn jetzt hin? Ach, da. Weitergelaufen. Lade nach! Ach, nö! Aua, ich brenne. Ich bin zweifelstark, dass es hier weitergeht. Warum gehst du dann hier lang? Irgendwie nicht. Ist jetzt einmal im Kreis gelaufen oder was? Hä? Ja! Ja, klasse. Schön. Vielleicht da hinten durch. Ach, hier soll man einfach mal die Finger rücken. Ist auch noch hier Jump'n'Run und sowas, ne? Ja, ganz retro. Ja, ganz retro. Da da, 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 da. Ja, sowas. Ich höre eine Witch. Ich höre einen Boomer. Ein Hunter, ganz in der Nähe. Ja, opfer du dich mal. Du auch. Und Zoe hört... So wie hört'n Hanfrau. Zack. Die müssen sich hier irgendwo verstecken, ne? Und da! Höh! Hol' das Ding weg von mir! Bemerkt noch nicht mehr! Na, so. So, jetzt wird's lustig, weil... Ach ja, well. Wir müssen was achten. Incoming. Ich werde die singen coming. Ich weiß... So. So, wo geht's denn hier? Da geht's drauf. Okay. So, was haben wir da? Ja, sorry Freunde, das ist grad ein bisschen leck bei mir auf dem Bildschirm. Ähm... Ich weiß nicht, liegt wieder an der Leitung oder so. Oder... Mein lieber Laptop hat einfach zu viel zu tun heute. Mein Ping geht wieder mit 26. Ja, meiner ist bei 28. Du musst eigentlich auch laufen, aber... Irgendwie sieht der Ping das nicht so. So, ich würd sagen, kommt mal hier rüber, weil hier ist es leichter zu verteidigen. Also... Ich hab hier extra die Dinge schon, weil wir haben hier Waffen liegen. Bin am Stalt. Können wir anfangen. Na ja. Mach Körming hier. Los geht's. Was macht ihr da? Wir haben... Wir haben uns lieb. Wir haben uns lieb. Irgendwann steht gerne im Frauen. Hast du mich grad angepackt oder was? Was macht das? Wenn du die Mischung zum personne. Ich bin mit Pastor Schubt, die Ärger für die Mischung nicht hingewirrt.